Die Lebensmittelkontrollen in Hessen haben erhebliche Lücken. Das ist das Ergebnis einer Recherche. Demnach findet jede vierte Lebensmittelkontrolle nicht statt. Die unangekündigten Routinekontrollen sind vorgeschrieben. Allerdings haben im vergangenen Jahr nur fünf Landkreise in Hessen auch alle anstehenden Kontrollen tatsächlich durchgeführt. Schlusslicht ist der Odenwaldkreis. Dort wurde nur ein Viertel der Kontrollen durchgeführt. Als Grund wurde Personalmangel benannt. Die Lebensmittelkontrolleure achten unter anderem auf Hygiene und den sicheren Umgang mit Lebensmitteln. Sie können Betriebe auch kurzfristig schließen oder bei Verstößen Bußgelder verhängen.